Hallo, guten Tag. Ich hätte Interesse an den Kater, aber hätte noch paar Fragen. Ja, hallo, was sind denn Ihre Fragen? Ja, ähm, meine erste Frage ist, ob man auf die reiten kann. Wie meinen Sie mit reiten? Emoji, der Angst hat und verstört ist. Was man auch auf Pferden macht, also man sitzt auf die drauf. Ach so, okay. Ja, man kann auf meinen Kater reiten. Er hatte Erfahrung in ein ähnliches Thema. Das ist ja toll. Meine zweite Frage ist, ob sie öfters Durchfall hat? Nein, hat sie nicht. Oh, dann will ich es nicht. Und warum nicht? Emoji, der glatzköpfig ist. Haben Sie mal was von Privatsphäre gehört? Ach so, ich hab nein mit ja verwechselt. Sie hat doch öfters Durchfall und das stinkt sehr doll. Oh, das ist gut. Wann kann ich diesen fetten Garfield denn abholen? Ja, kommen Sie am Marienaltersheim in Bielefeld. Aber Bielefeld existiert doch gar nicht. Warum wollen Sie mich verarschen? Kommen Sie zuverlässigerweise aus Leipzig? Ähm, woher wissen Sie das? Ich zeig Sie an wegen meinem Standort-Clown oder wie das heißt. Deswegen will ich die AfD. Ist immer dasselbe. Aber Sie können es zur Jakobstraße 6 schicken. Okay, okay, ist unterwegs. Ach du Straßensalami. Was hast du mir geschickt? Das ist eine Kreatur aus dem Mond. Sie hat mein Sohn aufgefressen. Vielen Dank.